und die gegner die uns angriffen haben wir aber auch keine mehr das ist doch wirklich ganz Das ist ganz ideal. Du 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 du. Man hat jetzt so gut unsere Hälfte auch ab, also. Oh nein, ich bin bewusstlos. Oh Leute. Oh Leute. Du. Wenn man ein Bett hat, könnte man dann immerhin die Nacht durchschlafen, das ist ja mega nervig. Nein, nicht mal das. Schwierig. Echt schwierig. Was machen wir denn? Ich bin wusslos, wenn man auf den Stein schlägt. Oh, jetzt habe ich doch noch mal Hoffnung. Halt, stopp, ich will das Item, ich will das Item. Lauf. Oh. Wenn wir sie ignorieren, dann ignorieren sie uns auch. Funktioniert sogar. Walk into the light. Ach, ich glaube es ja nicht. Bewusstlos, ich habe gar noch gewisses Geräusch gehört. Da ist eine richtige Bauchmassage, endlich werden wir mal durchgeschüttelt. Wo ist das? Hallo? Das Licht kommt näher. Oh, jetzt sieht es langsam, macht scheisse was. Oh. Leute, friedlich. Friedlich. Ja, kommt noch mal. Oh, du bist... Aha, daneben. Ja, wo sind unsere nevigen Mistviecher? Schau dir daneben. Soll ich jetzt Handfighter ziehen muss. Ist ja nicht das. Jo, okay, ich gebe zu mir selbst. Selbstmord ist billig, aber... Sehr gut. Mach schon, dass es Tag wird. Bitte mach das Tag wird. Oh, das Licht. Oh, das Licht sieht schon geil aus. Was heisst, hier blinken die Hand da oben rechts? Das weiss ich nicht. Kommt das doch immer, wenn ich etwas aufnehmen kann. Oh ja. Okay. Blinkt irgendetwas. Unser Schlafsack hat sich aufgelöst. Oder habe ich denn mein Inventar? Nein, er hat sich aufgelöst. Okay, das ist natürlich ganz genial. Jetzt kommt da noch ein Abel. Wieso hasse ich mich, du Spiel? Wieso? Wieso? Ich muss jetzt zu diesem Teil kommen. Wenn ich noch mal stirbe, stirbe ich noch mal. Aber ich will jetzt unbedingt den daneben. Den haben wir schon mal nicht gesehen. Wieso? Ich will den Busch nicht. Alter, den Busch haben wir jetzt auch erschreckt. So. Komm zu mir. Ja. Das ist doof. Das Teil ist so hell, dass ich gar nichts mehr sehe. Ausser das. Ist auch wegen der Spiegelung. Dann habe ich das Mikrofon gerade in der Nase nicht so. Nein. Sicher. Sicher. Jetzt nachher annehmen. So. Ja. Mikrofon. Ja. Okay. Ähm. Da kommst du nicht runter. Wie muss ich jetzt da rauf? Mann, die nehmen nur Level 15. Okay. Andere Seite ist, glaube ich, gesünder. Immerhin ist wie Tag. Jetzt sagen wir gehen in die Hütter. Holen unsere Sperre und dann wird er wieder mal ein bisschen. Was haben wir für ein Level mittlerweile? Level 6 ist ja wahnsinnig. Du, 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 du. Ah, nicht rennen. Ich vergisse es immer. Ist uns die Nahrung nur ab, weil wir zu viel Zeug rumdreht haben. Das kann auch sein. Dann nehme ich natürlich alles zurück. Ja. Gib uns ein Speer. Und hier brauchen wir auch noch. Und Peer ist nochmal auch mit sogar frischig. So. 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 Und so zogen wir in den Kampf. Gegen die Dilos. Dino! Dilo, 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 Dilo. Dilo, Dino. Und sie sind nicht bezahlt. Kriege ich einen von euch einzeln? Hey. 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 Du. Ja, du. Hey. Ja, so ischen Liebe. Willst du ihn mal spucken? Willst du spucken? Der Leber. Was? Mein Speer ist zerbrochen. Fick dich doch. Ah, was? Unser Speer zerbricht einfach. Naja. Giss ihm. Holzhammer. Geist. No. No. Was? 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 Hallo? Aber nicht da rein, oder? Oh, du Scheisse. Oh, du Scheisse. Oh, du Scheisse. Ja, das finde ich jetzt ziemlich mies. Wir treten. Oh, du Scheisse. Oh, ich glaube das muss ich jetzt stärkt nicht insbesondere fahren. Ah. Cutter! Ahhhhh! Ich bin ärgerlich. Das war echt dämlich. Gut. Kalt haben wir auch schon wieder. Dafür machen wir jetzt mal Baywatch. Dööö. Dööö. Zack und Stein, wahrscheinlich klar. Ja komm, lauf. Oha, da läuft die ganze Zeitlupe. Da, 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 da. Framerate, ok. So. Ah, ganz dort vorne ist die Hütte. Oder, ja. Na, super. Ah, das kann ich... Ah, das probier ich jetzt gleich mal noch. Durchaus lassen wir sie. Oh, ein Rosadoro. Hier. Jööööö. Ich check das nicht dabei. Was kann ich denn machen mit dem... Bist du ein Parasaurus? Ich glaube da vorne ist es schon, oder? Komm jetzt, was ist das so? Auf die kleinen Viecher haben sie heute nicht noch zusammengelegt, nachdem sie sie schon vergiftet haben. Keine Chemie-Truppe, was soll das? Ich mache keine Chemie. Steichen wir jetzt gleich mitnehmen, weil wir müssen... Wir müssen einen neuen Sperr machen, wahrscheinlich auch noch eine neue Spitzhacke. Ja, schau sie an. Ah, das nervt echt. Die Viecher zerlegt auch voll sie Hütte, ich glaube es nicht. Ich brauche nur Wut, dass ich eine Sperr machen kann. Soll ich so eine Spitzhacke machen? Okay. Okay. Gut, aber dazu muss ich auch... Naja. Spitzhacke, dann machen wir nochmal Wut, dann brauchen wir noch Flinder, dann brauchen wir Fiber. Spitzhacke, dann machen wir noch mal eine Spitzhacke. Hallo. Fiber. Wut, ich will Wut. Das hätte ich nur gesehen. So, bitte geben wir direkt Flinder, komm jetzt Stein, geben wir Flinder. Danke schön. Ja, da muss ich nur mit der Sache reden, ihr Stein hier. Doch sehr verstandnisvolle Stein. Ich krieg sogar keine Wut. Genial. Ich gebe mir Wut. Ich will Wut. Ich mache Holz. Ich komme jetzt. Ich muss der Lecker gerade in die Höhle. Ich gebe mir Holz. Ich komme jetzt. Danke schön. Ist das eigentlich effektiver, wenn ich zuerst. Ich schluss nicht stehe. Einiges effektiver. So, jetzt machen wir uns die Sperre und dann gibt es Ra. Noch mal schnell den Steigerfragen. Ich grüße dich. Könnte ich noch mal zwei Flinte anbieten? Einen. Nein, noch einen. Komm jetzt. Zwei. Ich könnte zwei geben. Stein ist auch nett. Aber nein, Flinte. Danke. Sperre. Hallo, ich könnte das gerne. Ich könnte das gerne dort. So. Verdammte Mistfeier. Oh, sie haben sich die ganze Ecken rausgerissen. Oh, das kann ich auch noch mitnehmen. So. So. So, und jetzt gibt es Ra. Du bist doch auch gewesen. Ich säße dich doch an. Oh, das ist mich an den Angriff, weil ich gedacht habe, er ist schwerlos. Ohne Sperre. Ja, jetzt verschrikst du auch noch. Ohne das. Ich glaube, dass ich das schon wieder den Sperre verlangen habe. Ohne echt. Oh, jetzt endlich. Oh. Dämliches Mistfeier. Oh, der ist echt hart. Echt, der Sperre ist jetzt einfach weg. Das ist unglaublich. Also, das finde ich jetzt doch schon echt hart. Nein, sage ich jetzt nicht, du bist... Ist das Blut oder hast du genug Flägen? Ach, ich habe keine Sperre mehr. Mäh. Hier kriege ich gar nicht raus. Ich brauche Flint, 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 Flint. Oh, jetzt regnet es gerade, Flint. Also. Fiber, Fiber, Fiber. Fiber, Fiber, Fiber. Ah, okay, so jetzt. Ja, klar, man muss ja eigentlich mehr Sperre dabei haben. Wieso habe ich noch nicht daran gedacht? Nicht. Ach, der Herr hat schon Hunger. Wir sterben wahrscheinlich. Schaffen wir es bis zum Lagerfeuer, bevor wir sterben? Das ist jetzt Prog. Und haben wir dann noch Holz dabei? Das wäre sinnvoll. Haben wir. Also, let's go to the Lagerfeuer. Framerate hilft uns nicht. Das war letztes Mal. Ja, kommt gut. Zumindest noch ein bisschen Energie. Noch Fleisch. Wie jetzt kommt, jetzt kommt die Lagerfeuer hin wieder. Okay. Das letzte Stück Fleisch. Komm schon. Das Teil ist so Schrott. Das ist doch klar. Das ist jetzt echt ein bisschen billig. Ja, ich habe nicht gesagt. So, wieso zerbreche ich den einfach? Nur vier? Okay. So, jetzt erlegen wir so ein Teil. Der hat der Tindex jetzt schon geschwächt ist. Vielleicht räumen wir halt die Eckgetriebe. Das wäre natürlich am Ideal stehen. Ich bezweifle es aber. Backstühle, das wäre auch toll. Ah, der hangt fest. Jetzt hau ich die. Hey. Danke für deine edelige Habe. 6, 7, 19. Oh, jetzt geht es ab. 22 Fleisch. Holy shit. Ich würde schön mal ab auf dem Stuhl. Ich weiß auch nicht, wieso. Level up. Nachdem wir den Baum geschlagen haben. Wir haben zwar mit 20 Dinos gekämpft. Das würde nichts geben. Wir haben jetzt den Baum geschlagen. Level up. Baum geschlagen. Level up. Jetzt erst haben wir... Okay. Ich fange mal aufs Darmino an. Access Inventory. Access Inventory. Was ist das? Ich fange mal aufs Darmino an. Ah, okay. Inventory. Ich fange mal aufs Darmino an. Das Stamina. Wir brennen uns ja nicht gerade selber, oder? Aha, doch. Ich dachte, es brennt mit Kohle weiter. So. Neun Stück. Frage ist... Ähm, das ist jetzt wirklich eine Frage. Was ist absolut das Wichtigste für uns? Das glaube ich nicht mehr. Ich habe keine Humans bis jetzt. Ähm, in 2017. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig. Das bringt uns die Mechanierung. Oh, das Sleeping bekämen wir schon. Das heisst, war ich so Hunger, dass der so stöhnt? Oder was ist los? Ah, okay. Also ... Also, mama... Jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam. Jam-jam-jam-jam-jam. so und jetzt rutscht auf dem stoppen weg die fähigte platte weiß ich nicht aufnehmen stoppen